Musik Scheiße Wo geht's raus? Da Man kann so viel übertönen wie man will Wenn man gesehen wird, ist scheiße Oh, hier ist direkt einer Hä? Ah, ins Gebäude gegangen, ok Ok, hier ist erstmal Ruhe Jetzt ist natürlich der Offizier alarmiert Ähm, bin mir grad nicht sicher, hat der uns gesehen? Ja, wahrscheinlich, ne? Der hat uns gesehen und ich hab dann noch gefeuert Das war natürlich selten dämlich Muss man einfach so sagen Oh, aber er kommt Der Officer Wenn ich jetzt Sprengfallen und so hätte Wir sind erbärmlich schlecht ausgestattet in dieser Mission Sehr enttäuschend irgendwie Ich hoffe, sie machen mir meine Übertönung nicht kaputt Das wär sehr ärgerlich Ah, guck mal Können wir den noch durchsuchen? Hat der vielleicht noch was Schönes für uns? Das ist alles Oh, eine Stolpermine Das ist doch was Gutes So, da ist noch einer rot Ich weiß nicht, was der Rote zu bedeuten hat In jedem Fall scheint der nicht glücklich zu sein Die scheinen alle nicht glücklich da hinten Also Die wurden grad beschossen und ein Kamerad ist schon mal tot Also von daher Guck mal aber Wer so dumm ist und als Offizier offen durch die Gegend rennt Der muss ja erschossen werden, oder? Ähm, warum ist der Marker immer noch da? Ich dachte Ich dachte, der ist tot Hm, na komm Also der Offizier bewegt sich zumindest nicht mehr Vielleicht müssen wir ihn durchsuchen Ich hab vielleicht an einer Stelle nicht genug aufgepasst Hm Bewegt ihr euch noch? Ich überlege grad, ob wir hier eine Stolpermine aufbauen und sie dann herlocken, aber Naja Ihr seid da auf dem Hof und da bin ich definitiv nicht Der Offizier bleibt liegen, offenbar Das bietet mir die Möglichkeit hin und her zu marschieren und Die Leute nacheinander zu töten Nö, die hauen wieder ab Offenbar Oh, hier hängen Orangen am Baum Ah, okay Ich hatte kurz überlegt, hier hochzurennen Aber Wie ich sehe, endet der Weg hier, oder Es geht zumindest auch nicht ins Gebäude rein Das wäre dann sehr ungesund gewesen, glaube ich So Die beiden sind jetzt nahezu weg Auch wenn die Suche noch nicht offiziell vorbei ist Ich habe wohl alles Verwendbare eingesagt Schauen wir einfach mal hier Ach, hier ist noch ein Eingang Dann können wir uns ja schon mal Hineinbegeben Das ist auch wieder so ein So ein Spezialtrupp hier, ne Die Intanfleck So, wir müssen nach oben und außen die Treppe Da ist der Offizier gestorben Nur Wo geht's nach oben Ah, da vielleicht Hallo Treppe, jawohl Also ich bin wieder grün Die Frage ist nur, suchen die noch, oder nicht Also auf der Map Ist absolut gar nichts mehr von irgendwelchen Soldaten zu sehen Nichtmals Weiße So Okay, wir haben einen Funkcode gefunden Da müssen wir eine Waffe zerstören Und da einen Konvoi rufen Okay Ähm Die schwarze Brigade schafft Kunstwerke aus dem Kloster Einer der LKW aus dem nächsten Konvoi Enthält die geschulene Kunstwerke Ich muss ihn identifizieren, damit Die Nellys Leute ihn abfangen können Alles klar Ähm Da, 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 da Ich würde fast sagen Erst Konvoi und dann Abt und dann hier wieder rüber, ne Aber erstmal Nutzen wir vielleicht noch Die Geräuschtarnung Und schauen, ob wir ein paar Gegner erwischen Beziehungsweise erstmal entdecken können Hier ist irgendwie gerade alles weg So, Scharfschützengewehr schonmal So, Suche ist jetzt auch vorüber Aber Meine Güte Das ist ja Echt eine Festung hier Hier müssen wir die Soldaten töten Das ist diese Burg, glaube ich, ne Boah, erwischen wir den? Das wäre natürlich Hammer Offenbar, ne Achso, das waren nur 200 Meter Ich schätze das hier völlig falsch ein Immer So Haben wir noch irgendeinen, der hier Rumläuft? Ne, ne Doch, da Boah, der ist aber schwer Oder auch nicht Ich weiß es nicht Der war nicht mehr übertönt Na Aber der wird wieder übertönt Und damit dürfte ich noch auf der sicheren Seite sein Immer noch gesucht Aber niemand, der Näher zu uns kommt Und da hinten Ist jetzt wieder einer Durch ein Fragezeichen gekennzeichnet Na, wo ist er da? 169 Meter Äh, so Und da ist jetzt wieder Einer, der sucht So Kopfschuss übertönt Schöne Stelle hier Aber wir sind auf jeden Fall noch irgendwie entdeckt Vielleicht haben wir auch schon alle Getötet Die irgendwie Ups, nein Ich will unten bleiben Hallo Ey Da lang Ähm Mal gucken Es ist wieder grün Ich glaube, wir sind sicher Ich glaube Alle, die Uns eventuell gesehen haben Könnten Sind jetzt wieder Äh Ich sag mal weg So, ich flitz mal eben zu den Leichen Die wir hier hinterlassen haben So, Nummer 1 Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen Gewehrmunition Von den beiden Oh nein Was hab ich getan? Äh, Waffe gewechselt? Ne, ne? Nein, alles gut Halten um Leiche und so weiter So Jetzt sind wir gerade eh an der Kirche Die ist auch zu Okay Oh Okay, ich will nicht genau wissen, was hier an der Kirche passiert ist Hep Ich sollte mich nicht so auslaugen Da sind nämlich schon wieder Gegner Ein Funker Zack So, haben wir hier was? Nö So Es sind, haben jetzt ganz, ganz viele gehört Und wir befinden uns irgendwie noch sehr, sehr nah an unserer Schussposition Oh, da kommt was Okay Feind sucht Damit sind wir wieder halbwegs auf der sicheren Seite Heißt das, wir haben jetzt lang genug gewartet und können aus derselben Position nochmal schießen? Ja, ne? Eigentlich schon Oh, da sind mehrere Äh, diese Taste Na komm Verdammt Hallo? Nur eine Schätzung Vielleicht klappt's nicht Schade Nur einer davon erwischt Alles klar Nein Offenbar ein Doppelkill Ähm Warum renne ich genau hierhin? Ach ja Ich möchte irgendwie da hoch Den Sound wieder nutzen Und hoffe, dass ich die Leutchen von hier aus sehe Zumindest einen kann ich sehen Bin aber herzlichst in Hektik So So, das war ein übertönte Weitschuss Ja, ne? Okay Dann lief hier noch einer lang Next one Aber der war bestimmt nicht übertönt Doch Ähm Ich achte gar nicht drauf Habe ich jetzt einfach immer Glück? Ich höre es gar nicht Hm Nicht übertönt Okay Jägerkill Schutz gehört Okay Dann verschwinden wir einfach mal Schön langsam Und dann dürften wir da hinten Einige Entfernt haben Und doch Deutlich leeren Bereich vorfinden Gehen wir diesmal auf der anderen Seite der Kirche entlang Dann passt das schon Hoffe ich Dann können wir uns gleich noch ein Käffchen eingießen Und äh Noch eine Runde weiterspielen Plan war jetzt eigentlich heute zwei Stunden zu spielen Roundabout Aber, ne? Am Datum erkennbar vorhin Äh Naja, irgendwann im Laufe der Aufnahme Wir haben gerade Ostersonntag Mein Gott Und ich arbeite quasi Arbeiter Ähm Nein, müssen wir mal gucken Sind ja noch Planungen für heute Und Mal gucken, ob ich es schaffe Aber euch ist das eigentlich wahrscheinlich sowieso egal Solange ich es schaffe Nachzuliefern Ist alles in bester Ordnung Niemand zu sehen Das heißt offenbar Wir haben Ziemlich leer gefegt Den Bereich Aber Ach komm, da sind genug Leichen Bestimmt finde ich genug Munition Für 하게 Verstehen Wir haben KNOW Car Ich lasse In W Bis zum nächsten Mal.